Ja hallo, herzlich willkommen zu God's Wonderful Creation, frei unter dem Slogan mit Bibel, Kamera und Drohne unterwegs. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo, herzlich willkommen. Gleich am Anfang eine große Bitte an euch. Wenn euch der Kanal gefällt, dann teilt ihn doch bitte. Lasst ein Abo da, drückt die Klingel. Das würde meine Reichweite erhöhen und wäre mir eine große Ehre. Danke dafür. Ja, wir sind heute in der Gegend Sebenstein, Pitten unterwegs und dort als erste Station war der sogenannte Türkensturz. Da ranken sich ja einige Sagen um diesen Türkensturz herum, aber die haben mich weniger interessiert, eher das Entstehen. Und zwar Johann von Lichtenstein hat 1824 dieses Bauwerk schon als Ruine errichtet. Man würde meinen, das war einmal eine stolze Burg, die wirklich strategisch wichtig war, dieses Tal bewacht hat. Im Endeffekt war sie immer eine Burg. Was ist Wahrheit? Dieses Thema beschäftigt, glaube ich, uns alle. In Johannes 14 steht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das sagt Jesus. Und ich denke, das ist eine große Erleichterung, wenn wir einfach zu jemandem kommen können, der die Wahrheit einfach ist. Nicht ich muss immer suchen, was ist Wahrheit, die findet man sowieso nicht. Sondern ich darf jemanden in mein Herz hineinlassen, der die Wahrheit ist, wenn ich ihm das Herz öffne und ihm erlaube, in mein Leben zu kommen. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und einen schönen Ausflug sozusagen in die Gegend um Pitten herum. So, wir sind jetzt in Pitten und ihr seht es, die Sonne. Wir gehen jetzt los und sind gespannt, was uns erwartet. So, wir gehen jetzt los. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind jetzt fast beim Ende unserer Rundwanderung. Das Ende bildet die Burg Sebenstein. Auch wirklich interessant zum Anschauen. Ich gebe euch noch ein paar Eindrücke mit. Es war eine wunderschöne Wanderung. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ich euch wieder begrüßen darf.